Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmannwetter. Wir haben es eigentlich mit einer relativ stabilen Hochdruckzone vom Atlantik bis nach Mitteleuropa zu tun, aber da sind so ein paar Störungen drin. Entsprechend gibt es jetzt in den nächsten Tagen nicht überall Sonnenschein, speziell der Norden kommt doch leider in den nächsten Tagen deutlich schlechter dabei weg. Gucken wir uns zunächst mal den Dienstagvormittag an. Da haben wir es speziell jetzt so von Berlin-Brandenburg bis nach Sachsen-Anhalt-Thüringen bis ins nördliche Bayern noch oft mit dichten Wolken zu tun. Stellenweise kann es da mal leicht regnen. Größere Mengen sind es nicht, aber ein bisschen Getröpfel ist entsprechend möglich. Einen relativ freundlichen Bereich haben wir so von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort scheint längere Zeit die Sonne. Ansonsten gibt es eine Mischung aus kompakteren Wolkenfeldern und gelegentlichem Sonnenschein und es bleibt trocken. Zum Nachmittag ist es dann so, da zieht es sich im Nordwesten im Bereich der Nordsee immer weiter zu. Da kann es hier schon mal vereinzelt ein bisschen tröpfeln. Da wird sich die Sonne dann für die nächsten Tage laut leider verabschieden. Sonst gibt es weiterhin diesen Wechsel aus Sonne und Wolken. Insgesamt am meisten Sonnenschein so vom Rheinland über südliche Niedersachsen bis nach Brandenburg. Im Süden gibt es auch mal kompaktere Wolkenfelder. Da kann speziell in Bayern auch örtlich noch mal ein bisschen regnen oder einen kurzen Schauer geben. Die Temperaturen erreichen in der Nordhälfte meist zu 8 bis 14 Grad. Im Süden sind es 15 bis 19 Grad. Gucken wir dann auf die nächsten beiden Tage. Da habe ich es schon angesprochen. Der Norden hat ein bisschen Pech. Da legt sich doch eine Front drüber bzw. so eine Luftmassengrenze. Es kommt kältere Luft rein. Unter den dichten Wolken dort fällt doch ab und zu etwas Regen. Die Temperaturen erreichen kaum noch 10 Grad. In Richtung Süden, da sieht es richtig gut aus. Da hält sich gebietsweise noch mal ein bisschen Nebel oder Hochnebel, speziell in den Vormittagsstunden. Wenn der sich aufgelöst hat, dann scheint doch dort vielfach die Sonne. Die Temperaturen erreichen dort stellenweise bis an die 20 Grad, also weiterhin recht schönes Frühlingswetter. Dann möchte ich euch noch mal zwei 14-Tage-Trends zeigen. Ich habe zunächst euch mal Regensburg in Bayern rausgesucht. Da sehen wir das anfänglich hohe Temperaturniveau. Da geht es dann aber auch zum Wochenende deutlich mit den Temperaturen zurück. Ein richtiger Temperatursturz von Osten her fließt deutlich kältere Luft ein. Die Temperaturen erreichen keine 10 Grad mehr. In den Nächten muss man mit Frost rechnen. Also wer empfindliche Pflanzen vielleicht schon draußen auf dem Balkon oder im Garten hat, der sollte die entsprechend noch mal schützen. Aber wir sehen auch, abgesehen wahrscheinlich vom Samstag, eher trockenes Wetter. Das heißt, das Wetter wird eher Hochdruck geprägt sein und die Sonne scheint auch immer mal wieder. Gucken wir uns dann noch mal Schleswig, ganz im Norden Deutschlands an. Da haben wir natürlich schon jetzt deutlich niedrigere Temperaturen. Der Temperaturrückgang ist nicht ganz so groß. Aber auch dort wird es sehr frisch werden am Wochenende, meist nur so Werte um die 5 bis 6 Grad. Auch hier muss man entsprechend mit Frost in den Nächten rechnen. Aber wir sehen auch, nach den eher graueren Tagen, jetzt Mitte der Woche, wird sich dort auch Hochdruckwetter durchsetzen. Die Sonne wird sich entsprechend dann auch immer mal wieder zeigen und es wird weitgehend trocken bleiben. Ich stelle euch hier noch mal den Link zu den Wetterübersichten rein. Da könnt ihr euren Wunschort mal eingeben und schauen, wie sich dort in den nächsten Tagen entwickeln wird. Das war es von mir. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bis morgen. Tschüss.